Moin Moin, herzlich willkommen bei Mind Path to Thalamus. Ich war eben nur so 30 Sekunden in dem Startbildschirm, wo man das Menü auswählt und so und allein die hinteren Melodie, die stimmt dann schon ein bisschen ein, muss ich sagen. Ich habe es jetzt auch ein paar Tage nicht gespielt und ja, wir befinden uns hier in diesem hübschen Laubwald. Guck mal, wenn es Seven Days so aussehen würde, das wäre doch auch cool, oder? Irgendwie. Oh Mensch, der Himmel krisselt so komisch, ne? Muss wohl so. Man weiß ja auch nicht, was hier so ist. Ich habe mir mal die Achievements angeguckt im Steam und ich bin mir gar nicht so sicher, ob es hier nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich hier runter springe, dann komme ich hier nicht wieder zurück, ne? Ich habe das Gefühl, dass es, ich weiß nicht, ob es noch sowas wie Gegner geben wird, oder sowas. Hm. Okay. Och, laufen wir doch einfach mal geradeaus. Nicht, dass ich hier wieder, wie beim Nebel, ne Stunde durch die Gegend renne, nur weil ich einfach nur geradeaus hätte laufen müssen. Oh, hier, starker Wind. Okay. Eine Kugel. Die nehmen wir erstmal mit. Moment, hier war noch starker Wind. Ah, okay. Zahnräder. Die sich wahrscheinlich wieder zusammensitzen, wenn wir irgendwas machen. Ich höre, hört ihr die Uhr? Das wird eine Uhr. Ach, das wird eine Uhr. Ah, jetzt habe ich eine Idee. Moment. Moment. Wir müssen erstmal hier. Moment. Habe ich mir das jetzt eingebildet? Das war doch eben rot, oder nicht? Ja, cool. Das wird dunkler. Nee, es wird Herbst. Eindeutig. Das ist Herbst, oder nicht? Oder wird es nur dunkler? Die Sonne ändert ja ihren Stand nicht. Okay, gucken wir mal. Dann suchen wir hier mal eine Stelle, wo wir irgendetwas bewirken, wenn wir drinstehen. Hier, an solchen Mauern. Da werde ich mich ab sofort immer orientieren. Ein ziemlich lauter Vogel. Achso, ich komme auch über die Mauer nicht drüber. Das ist rücksichtsvoll, dass sie extra ein kleineres Level für mich nehmen. Da ist aber nichts passiert, wenn ich mich da... Hier ist es auch richtig fündig. Nee, da kann ich auch nicht drüber hinweg. Okay, dann konzentrieren wir uns mal da vorne drauf. Und ich muss mal gucken, ob ich hier, komme ich doch bestimmt hoch. Irgendwie. Oder auch nicht. Nee, da komme ich nicht hoch. Aber da muss ich hoch. Wie kriege ich denn... Wie kriege ich denn die Uhr hier zusammen? Das wird eine Uhr sein. Wir legen es da mal ab. Und da passiert nichts. Ach nein. Echt? Pass mal auf. Cool. Achtet mal da auf die Brücke. Da, unter der Kugel. So. Und jetzt nochmal. Jetzt ist sie geschlossen. Das Rad der Zeit. Es gibt nämlich ein Achievement. Das heißt Discover Time. Und wenn ich jetzt die Steam Mobile Layer angeschaltet hätte, dann hätte ich es jetzt wahrscheinlich bekommen. Wir sind hier in einer längst vergangenen Zeit, als das hier noch alles aktiv war. Aktiv? So wie in Griechenland. Da ist ja auch alles kaputt. Also schon seit jeher. Das ist keine politische Aussage. Ich beziehe mich auf die alten Säulen. Ach, wie schön. Da ist es jetzt Nacht. Ach guck mal, da standen die Säulen auch noch. Okay. Das ist ja nett. Das war jetzt nicht so schwierig. Aber, wir wissen ja mittlerweile. Erst wird was Neues eingeführt. Das war's. Und jetzt ist es. Das war's. There's a definite tree motif going on, that much was obvious. The thalamus should have clued me in from the start. It's difficult to miss such a ridiculously ginormous tree. This pattern could be just as random as many other things in this crazy world, but no, I knew that wasn't the case. I climbed to that tree and survived the tsunami. Sophia stayed in the swing set, and I didn't help her climb. Es war so schnell. Habe ich blinkt, hätte ich nicht gesehen, dass das Wasser die Hülle schmutzig schmutzig schmutzte. Ich blinkte nicht. Mit dem Portal komme ich wahrscheinlich da drüben raus. Und deshalb brauche ich von irgendwoher eine zweite Kugel. Und ich habe hier doch irgendwo eine rumliegen gesehen. Aua. Wo denn? Sieht ja alles toll aus hier, oder? Mal wieder. Richtig schick. Das ist Krisen in den anderen Folgen auch, ja. Wieso ein Hintergrundrauschen? Okay, da liegt eine Kugel. Und hier ist Nacht. Ja dann. Und das erscheint mir jetzt doch aber relativ einfach zu sein. Schwierig ist es, diese Kugel in erster Linie zu greifen gerade. Hier denn. Dann machen wir doch hier mal. Hier sind doch ein paar mehr, was? Schwierig. Dann laufen wir dahin mal zurück. Ich würde jetzt mal behaupten, ich könnte hier so durch das Level laufen. Ach nee. Kann ich nicht, weil hier schon ein Portal kommt. Dann gehen wir mal durch. Dann kommen wir nämlich hier raus. Und das wird uns wieder nichts bringen. Und deshalb machen wir das wieder ganz einfach so. wieder dasselbe Spiel. Ich versuche mal schnell zu laufen. Mann. Ich halte hier mal Shift gedrückt. Das bringt überhaupt nicht. Okay. Dann lassen wir es doch mal. Ich glaube, das wird zeitlich zu eng. Aber machen wir mal. Was habe ich mir denn jetzt dabei gedacht? Hab ich mir da überhaupt irgendwas beigedacht? Der Ansatz war ja ganz toll, aber das passt ja gar nicht. Es darf. Ach nee. Moment. Also es darf erst Nacht werden, wenn ich durch das erste Portal da durch bin. Alles klar. Wo muss ich hin? Wo war es denn? Ich finde es jetzt gerade nicht wieder. Diese Kugel versperrt auch echt viel Sicht. Komm. Das kann er jetzt nicht so. Hallo? Ach, ich versuche immer noch schnell zu laufen. Hier, dem da muss ich folgen. Ach, sag mal. Hallo. Könntest du mal bitte mitkommen? Hallo Kugel. So, danke. Da muss ich hin. Na klar. Erst übers Wasser. Hm. Nee. Also, ich könnte bis hier hin laufen, aber nicht weiter. Weiter kann ich nicht laufen. Ah, ich habe eine Idee. Die legen wir da mal ab. Wir gucken uns mal die zweite Kugel an, die ja sich darum kümmert, dass hier nicht alles heile ist. Ach, hier ist noch eine zweite Uhr. Moment, was passiert denn, wenn ich mich da rein stelle? Dann gehen wir nämlich vielleicht noch weiter in die Vergangenheit. Das könnte sein. Sieht so aus, als hätte ich jetzt das erste Mal ein richtiges Rätsel hier zu lösen. Ja, also die liegt hier richtig. Die liegt dort auch noch. Die nehmen wir mal mit. Ich hätte jetzt auch erst mit der gucken können. Ich gehe davon aus, dass ich hier irgendwo anderweitig nicht weiterkomme. Oder ich habe einfach nur ziemlich weite Laufwege. Hm. Also, die da hat mir gar nichts gebracht. Die hat mir gar nichts gebracht. Wenn ich die hier fallen lasse, rollt die doch niemals bis da hinten. Nein. Das macht sie nicht. Ich könnte die immer, oh, 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 hier rollen lassen. Und dann würde sie bis da rollen. Und das würde gehen. Und wenn das nämlich ein aktives Portal wäre, dann würde die Kugel durch dieses Portal durchrollen. Was hat sich denn jetzt hier geändert? Gar nicht. Das bleibt hier auch. Kann ich nicht runterspringen? Doch, kann ich. Was halten wir denn jetzt davon? Aber es bringt mir doch nichts, wenn dann die Kugel runterrollt. Wenn es schon Nacht ist. Oh, da geht das Portal dann in eine andere Richtung. Das lass uns doch nochmal ausprobieren. Ich gehe mal davon aus, dass das hier so richtig liegt. Da würde ich einfach von ausgehen. Nicht, dass hier noch eine dritte Kugel rumliegt, aber dann wäre es ja wieder zu leicht, oder? Obwohl, nö. Dann hätte ich das Problem immer noch nicht gelöst. Hm. Dann muss ich beide hier reinpacken. Das wäre aber eine neue Spielmechanik, die sie noch nicht eingeführt haben. Gucken wir mal. Hier habe ich ja richtig zu tüfteln. Wir machen es nochmal Nacht. Einfach weil ich mal gucken möchte. Was ist denn mit dem Ding hier? Kann man hier irgendwas gescheit runterrollen lassen? Ach komm. Hier verändert sich doch auch nichts, ne? Wenn das Ding da drin liegt. Und doch hier auch nicht. Das werde ich nochmal gucken. Nee, das würde ich auch niemals bis dahin reinrollen. So weit rollt das nicht. Okidoki. Dann schmeißen wir die hier ab. Und gucken jetzt nochmal, ob die Portale woanders hinführen. Nee. Tun sie nicht. Jetzt mal ehrlich, hat da jemand eine gute Idee. Ich habe so das Gefühl, dass ich in dieser Folge nicht weiterkommen werde. Und ich kann ja nicht mal sehen, was es für einen Unterschied macht. Wenn ich... Ob... Wo die Kugel hier nicht? Das kann ich ja nicht mal sehen. Also ich komme nie nicht nach oben, wenn... Guck mal, ich komme gar nicht... Doch. Moment, das sah eben kaputt aus, oder? Das sieht ja geil aus. Okay, ich komme hier überhaupt gar nicht weiter, wenn hier keine drin liegt. Aber Moment, ich bin doch weitergekommen, als die hier hinten drin lag. Ist das dieselbe Uhr, oder wo ist hier der Unterschied? Das ist der Uhr, anscheinend egal. Es sei denn, die verstärken sich gegenseitig. Gut, dann können wir die Kugel ja auch hier ablegen. Die könnte man natürlich auch von oben fallen lassen. Die Kugel könnte man von oben fallen lassen. Vorausgesetzt, es ist nicht ein Acht, sonst komme ich da ja gar nicht hin. Ich sehe es gerade so nicht. Also da bin ich mir recht sicher. Und da drüben ist dann wahrscheinlich ein ähnliches Spielchen. Oder nee, der ist nur noch ein Portal. Das ist das letzte, wo ich hin muss. Und da komme ich dann ja auch gepflegt drüber. Ich würde ganz gerne mal gucken, wo es hier hingeht. Ob das einfach nur optisch so ist und ob hier irgendwas ist. Hier ist nichts. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr schon eine Idee habt, wie man hier zur Rande kommt. Ich habe da noch eine andere Idee. Ich nehme die nochmal mit. Eine Sache will ich mal ganz kurz überprüfen. Und zwar, wir hatten das in dem Level davor, ja. Dass diese Säule dazugekommen ist, dass ich oben rüber gehen konnte. Und dann bin ich ja wieder zu meinem Startpunkt hingegangen. Und an meinem Startpunkt war dort, waren da und überhaupt keine Blumen für die Nacht ausgelöst hätten. Ach hier, so wird ein Schuh draus. Es ist offen hier. Okay, wir machen dieses Level nochmal eben schnell fertig. Und es ist auch viel grüner, ne? Es ist auch viel grüner. Die haben nämlich doch beide seine Bedeutung da. Ihre Bedeutung. Es ist noch viel grüner. So, wir legen hier oben. Nein. Oh Mann. Okay, das machen wir jetzt mal eben schnell, dachte ich. So, hier legen wir die eine ab. Und du bleibst da brav liegen. Jetzt nehmen wir uns hier die zweite. Ach nee, was mach ich denn? Ich hatte jetzt die Idee, hier durchrollen zu lassen, durch dieses Portal. Und dann kommt es ja hinten raus, wo es dann Nacht wird. Das ist ja total Schwachsinn. Es ist ja schon Nacht. Das... 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 Das ist aber schon schwierig, oder? Jetzt ist das da hinten zu, wo ich es runterrollen lassen könnte. Wenn ich wollte. Jetzt kann da keine Kugel mehr runterrollen. Wenn es hier liegt, ne? Oder? Okay. Bevor es langweilig wird. Ja, das ist zu. Hm. Ich sehe es nicht. Also schreibt es mal bitte in die Kommentare, ob ihr jetzt schon wisst, wie... was hier exakt zu tun ist. Das ist doch auch zu. Da komme ich doch nicht mehr ran, dann. Das ist doch blöd, weißt du? Ich komme nicht drauf. Ich komme gerade black out. Merkwürdig. Naja, okay. Ist halt so. Hm. Ach, jetzt habe ich sie. Schwierig. Okay. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich versuche das mal rauszukriegen. Ich bin mal was spannend. Okay. Dann, ja, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat, dass ich mich hier mal ein bisschen anstrengen musste. Und das ist das erste Mal, dass ich hier ein bisschen festhänge. Aber ich finde es ja auch mal schön. Wenn es zu leicht ist, ist es auch blöd. Vermutlich ist die Lösung leichter, als ich denke. Und ich komme halt einfach nur nicht drauf. Aber so ist das halt nun mal. Gut, dann, ja, wir sehen uns hoffentlich in zwei Tagen wieder. Bis dann. Tschüss.